Kleben ist ja der Trend. Sie bekommen durch den Materialmix Anforderungen, Materialien zu fügen, die nicht mehr schweißbar sind. Wir wollen keine Löcher reinbringen, um die Strukturen zu schwächen. Und sehr häufig ist dann das Kleben im Grunde die letzte Möglichkeit, um Befestigungselemente aufzubringen oder diese Werkstoffe an sich zu fügen. Das ist ein Trend, den auch wir bei Tukka beobachtet haben. Wir haben immer häufiger jetzt Anfragen bekommen, wo es um sehr dünne Bleche geht, Bleche, die man nicht mehr schweißen kann. Wo es um Kunststoffe geht, die wir nicht schweißen können, CFK-Bauteile in der Kleinserie beispielsweise. Und um auch dort Befestigungselemente anbringen zu können, war im Grunde der logische Schritt, auf die Klebtechnik zu setzen. Wir haben dann Klebbolzen entwickelt. Klebbolzen an sich ist nichts Neues. Sie können im Grunde mit beliebigen Klebstoffen ihr Metallelemente aufbringen. Die Frage ist immer nur die Taktzeit. Wie schnell geht das Ganze? Wie groß sind die Kräfte, die sie nachübertragen können? Und wir haben hier ein Klebstoffsystem entwickeln lassen, was im Grunde diesen Anforderungen gerecht wird. Sie sind aber einen Schritt weiter gegangen. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Unser Klebbolzen, der hat einen vorapplizierbaren Klebstoff. Das heißt, der ist bereits auf dem Bolzen drauf, wird bei uns im Werk vorbeschichtet und Sie bekommen als Kunde den Klebbolzen als Schüttgut. Und im Grunde ist die Verarbeitung analog zum Schweißbolzen. Der Kunde kennt diese Prozesse, muss also keinen Pastösen oder flüssigen Klebstoff auftragen, kein Gefahrstoffhandling, keine Logistik für Klebstoffe und so weiter, sondern schmeißt einfach diese Bolzen in den Zuführer. Die werden dort vereinzelt, die kleben nicht zusammen und werden vollautomatisiert auf das Bauteil gebracht. Die erste Anlagentechnik, die wir entwickelt haben, die war im Grunde für den Kleinstserieneinsatz. Innovative Fahrzeuge, Sportfahrzeuge, Premiumhersteller. Der nächste Schritt wird sein, Anlagentechnik und Klebstoff für eine Großserienanwendung zu erarbeiten. Da haben wir ganz andere Anforderungen, auch vom Personal her, von den Prozessen her. Das heißt, aktuell Klebstoff, der hat noch die Kühlkette, Erfordernis für eine Kühlkette. Wir entwickeln jetzt ein neues System, was mechanisch bzw. thermomechanisch deutlich besser geeignet ist für so Dünnblechanwendungen. Wir versuchen, die Kühlkette aus der Welt zu schaffen, sind da auf einem guten Weg. Also wir haben jetzt eine Lagerstabilität von zwölf Stunden bei Raumtemperatur auf vier Wochen erhöht. Mit den ersten Entwicklungsschritten, das ist schon drastisch. Das ist schon drastisch. Und die nächsten Geräte werden auch eine Prozesssteuerung haben, eine Regelung, wo wir direkt die Temperatur am Bolzen erfassen. Das heißt, es wird keine unterschiedlichen Prozessparameter geben. Wenn wir in verschiedenen Werken weltweit die Geräte einsetzen wollen, dann gibt es im Grunde nur einen einzigen Regelparametersatz. Der wird nicht variieren von Bolzen zu Bolzen oder von Klebstoff zu Klebstoff. Im Grunde heißt es einfach nur einlegen, Knopf drücken und es läuft.